Hallo, mein Name ist Lorenzo Viotti und ich freue mich in Berlin zu sein mit dieses unglaubliches Orchester von der Deutschen Oper. Wir spielen Mozart Klavierkonzert und die erste Sinfonie von Mahler. Es ist ziemlich speziell mit einem Opernorchester, einer Mahler-Sinfonie speziell, die erste Sinfonie zu spielen, weil ich glaube als Opernorchester, man hat manchmal viel mehr Bilder, viel mehr Erfahrung, Geschichte zu erzählen, weil man ist immer im Kontakt mit Sänkern, mit einer Bühne, mit Kostüm und in dieser Sinfonie, wir brauchen viel, viel Imagination und bevor der Sommerpause, ich glaube ihr müsst alle kommen, weil wir werden euch einfach ein unglaubliches faberhaft Konzert geben. Also ich warte auf euch Freitag in der Deutsche Oper 19.30 Uhr.